Ja, hallo Freunde, Christian Schoamer, Petra Pop, Zuntswatch, Kunstführer, diesmal Videoblog. Heute reden wir mal über eine Welt, die ich zu einer offenen Beziehung bekommen habe. Ist ja auch so ein ganz simples Beziehungskonstrukt, aber ich denke, es wird mehr werden. Deshalb, da müssen wir uns mit beschäftigen, so im Zuge der ganzen Auflösung von Strukturen, die wir ja gerade sehen. Scheinbar will ja niemand mehr in irgendwelchen Strukturen sein und ja, ist wie es ist. Und genau, gibt immer noch, geht jetzt bald los, geht sehr bald los. Ich muss das auch bald mal zu Ende kriegen, der Dreimal-Kurs zum Frühbucherpreis geht in einer Woche los, in zehn Tagen. Und genau, und auch nächsten Monat wieder die Selbstliebe-Challenge auf libysche.de. Okay, also von einem Mann geschrieben, von Romatowskow-Low und er schreibt, lieber Christian, ich weiß die Chance, dass meine Nachricht berücksichtigt wird, ist gering, aber ein Versuch scheint es mir wert. Nach einer toxischen Beziehungserfahrung Anfang letzten Jahres habe ich viel an mir gearbeitet. Tagebuch-Meditation, vor allem mit deinen Kursen. Ich habe mit meinen Verlust ängstlichen Anteile erkannt. Im Oktober letzten Jahres habe ich eine Frau kennengelernt. Wir wurden früh im Team, sagen wir uns einmal die Woche, und teilten viele Interessen, Sport kochen. Wir hatten auch tiefergehende Gespräche zu unserem Bindungsstil. Sie ist eher ablehnend vermeiden, ich eher ängstlich vermeiden. Ja, kann man jetzt gleich schon sagen, dass das natürlich kein günstiges Match ist, aber ich verstehe natürlich, dass man froh ist, dass man auch mal jemanden kennenlernt. Das heißt jetzt auch keinen Grund, dann gleich jemanden abzuschießen. Das ist überhaupt nicht, aber sicherlich jetzt nicht ideal. Wir beide schätzen unsere Unabhängigkeit. Ich konnte diese genießen, obwohl ich einige Male das Bedürfnis verspürte, mehr Zeit zusammen verbringen. Ich konnte es aber gut aushalten, war nicht eifersüchtig. Ich verführte während der gesamten... Ach nee, wir waren uns früh einig, dass wir eine offene Beziehung führen. Das habe ich jetzt noch vergessen. Es kam von ihr, dass wir in einer Beziehung sind. Wir schätzen beide unsere Unabhängigkeit. Ich konnte diese auch genießen, obwohl ich einige Male das Bedürfnis verspürte, mehr Zeit zu verbringen. Ich war nicht eifersüchtig und hatte während der gesamten Zeit eine weitere reine sexuelle Beziehung zu einer anderen Frau. Ja, also jetzt grundsätzlich ist jetzt, wenn das alles abgesprochen ist, ist es natürlich ein faires Konzept, offene Beziehungen. Ich sage nur immer, es ist halt... Ich empfehle es nur für Leute, die sich sicher fühlen mit Zweierbeziehungen. Es ist nicht einfacher, es ist komplizierter als in Zweierbeziehungen, weil es einfach viel mehr Ebenen beinhaltet. Und noch mehr Absprache bedarf irgendwie als eine monogame Beziehung meiner Ansicht nach. Und ja, aber trotzdem, wenn man es ausprobieren will und du nutzt es dir auch und ja. Und ja, hat natürlich den Vorteil, dass man sich seine Optionen offen hält, sich nicht festlegen muss. Kann man alles machen. So, wir konnten stets offen über alles sprechen. Vor zwei Wochen fiel mir auf, dass meine Freundin emotional distanziert ist. Kaum Blickkontakt, emotional kühl. Sie erklärte, dass sie mir etwas sagen müsste und berichtete, dass sie zu einer Kollegin, meine Freundin ist bisexuell, eine starke Verbundenheit spüre. Diese lebt in der inneren Mongolei immer wieder. Sie kennen sich, die Mongolei, sie kennen sich seit zwei Jahren und sehen sich ab und zu im Rahmen von gemeinsamen Ferien in der Gruppe. Sie erklärte, dass sie die Gefühle an eine frühere toxische Beziehung erinnern, welche sie vor zwei Jahren zu einer Frau hatte. Sie hat mir mehr als davon erzählt und es wurde deutlich, dass sie nach wie vor tief verletzt ist. Sie erwähnt, dass sie spüre, dass ihre Gefühle ungesund seien, aber sie dennoch diese Verbundenheit spüre. Ja, also Nothing Beats the Toxic Fantasy, da kann man eh nichts gegen machen. Aber jetzt, das ist so ein typisches Szenario hier. Also das ist, jetzt haben wir auch nicht nur offene Beziehungen. Jetzt sozusagen, ja, dadurch, dass sie bisexuell ist, gibt es natürlich noch viel mehr Möglichkeiten. Also ist das andere Geschichte auch interessant. Und ist manchmal auch, muss man vielleicht auch daran gewöhnen, ist das jetzt mehr Bedrohung, weniger Bedrohung. Aber das passiert dann halt. Also das Problem bei diesen offenen Beziehungen ist halt, die Leute, also wir auch, haben dann Sex mit jemand anders. Das führt natürlich wieder zu Emotionen. Und du kannst zwar sagen, wir haben kein körperliches Commitment, aber du kannst ja nicht sozusagen garantieren, dass du dich nicht in jemand anders verliebt. Und ja, aber jetzt könnte man ja eigentlich denken, wo ist das Problem? Wir haben ja eine offene Beziehung, aber das ist halt so. Es gibt ja natürlich trotzdem Probleme. Abgesehen davon, dass du jemand daten willst, wo sie jetzt schon weiß, dass das ungesunde, toxische Gefühle sind. Aber gut, das, was soll ich dazu noch sagen? Und was ich natürlich auch sagen muss, du sagst ja, du machst meine Arbeit und es ist auch jeder, ich weiß, jeder macht das auf seine Art und jeder zieht seine eigenen Schlüsse draus. Ich würde nur gerne darauf hinweisen, dass ich, nicht aus moralischen Gründen, aber wenn man so an seinem Liebeschip arbeitet, kann ich jetzt so offene Beziehungen nicht unbedingt empfehlen. Führt häufig dazu, dass die Bindungsstile wieder Polka tanzen irgendwie und ja. Aber solange man nicht liebesüchtig ist, kann man es natürlich probieren. Aber es ist wirklich nicht, was ich empfehle, wirklich nicht. So, sie sei sich sicher, dass die Kollegin gleich empfinde. Sie erzählte weiter, dass wenn die Kollegin eine monogame Beziehung wollen würde, dann müsste sie sich das mit uns überlegen. Ja, jetzt haben wir schon das Problem. Also während du noch, es gibt ja auch eine offene Beziehung, gibt es ja auch diese Hauptbeziehung. Während du jetzt sagtest, du gehörst zur Hauptbeziehung, bist du schon ausgetauscht. Also ich meine, es ist letzten Endes eine Frau, die jemand anders besser findet als dich und weil sonst würde sie mit dir die monogame Beziehung führen wollen. Und ja, also jemand, der kälter wird und ja, jetzt hast du eine offene Beziehung und hast trotzdem keinen Seelenfrieden. Ja, und was man hier auch sieht ist, dass ein Wunsch eine offene Beziehung zu führen, ist natürlich manchmal auch, dass man vielleicht einfach nicht verliebt genug ist, dass man nur mit dieser einen Person zusammen sein will. Aber muss es nicht immer. So, ich stutze gerne mal drüber hinweg. Ja, was gibt es da, drüber hinwegzugehen? Also du, es geht ja auch immer um Polarität, ne? Und also diese Person auf der anderen Seite benimmt sich jetzt polarer als du, ne? Weil die sagt, ey, sorry, also ich nur mit dir zusammen im Monogam sind und du hast weniger Grenzen, ne? Das ist jetzt nicht falsch oder so, aber da kommst du jetzt schon ins Hintertreffen, wirkst vielleicht auch unpolarer irgendwie. Ähm, und also ich würde ja auch immer, wenn sich, wie gesagt, wenn sich da eine Partnerin distanziert, würde ich mich doppelt distanzieren, würde ich sagen, ey, mach. Also, aber ich laufe nicht in der DDR so und da musst du wirklich aufpassen, dass du da nicht so in die Verlustangst kommst dann, ne? Weil das ist gerade das Problem von diesen Beziehungen, deswegen sind sie so schwer auch, ne? Aber natürlich nicht nur die, ich frage da nochmal nach, sie bestätigt ihre Aussage und fügt hinzu, dass sie nicht mehr, nicht mit mir intim werden könne, dass es sich anfühlen würde, als würde sie ihre Kollegin betrügen. Das hat man schon in der offenen Beziehung, muss man sich trotzdem mit so einem Scheiß rumschlagen. Also, für mich wäre das Exit-Punkt hier. Ich würde auch, also so wie ich heute denke, würde ich auch, wäre auch gar nicht böse. Ich würde sagen, du mach, hast mir das erzählt, alles. Wir hatten eine offene Beziehung, drauf geschissen, mach. Ich habe keinen Bock drauf, ich habe keinen Bock drauf, nicht die Nummer eins zu sein. Also, das würde ich wenigstens wollen in der offenen Beziehung, dass man die Nummer eins ist. Ja, mach und ich bin raus hier, ne? Fertig. Kein Theater machen, Ende Gelände, next, ne? Ich habe heute auch auf Twitter, könnt ihr mir auch gerne folgen, liebe Schipp, auch mal so einen Tweet geteilt, wo auch von so einer Kollegin, die ist auch echt cool, auch nochmal geteilt wurde, wir Menschen haben zwei Sexualstrategien, ne? Und da, siehst du mal, also, was ich da heute geteilt habe, wurde das aus Sicht von Männern geschildert, eine Untersuchung, ich meine, das ist jetzt ein kleiner Sidestrack hier, ich weiß gar nicht, was solche Untersuchungen macht, aber es wurde untersucht, welche Sexualfantasien Männer haben, die zu Professionellen gehen. Einmal, wenn sie Single sind, dann ist die Sexualfantasie häufig Girlfriend-Sex, so. Und wenn die Männer, die zu einer Prostituierten gehen, nicht Single sind, also in einer Beziehung sind, dann ist die sexuelle Fantasie häufig irgendwas, ja, Dörtiges, keine Ahnung, wie sagt man jetzt, Affärenmäßig, was kurzfristiges, was Verbotenes, ne? Also, je nachdem, was man gerade nicht hat, so. Aber wir haben diese zwei Sexualstrategien als Mensch. Monogame Beziehungen werde ich auch in meinem neuen Buch ausführlich erörtern. Und eben, ja, nicht monogam, was auch Fremdgehen beinhaltet. Aber das natürlich alles sind die mir ja nicht ausgeliefert. Wir können das natürlich gestalten und kann man alles ehrlich machen. Aber es ist, wie es ist, aber ich hätte keinen Bock, nicht die Nummer eins zu sein, sag ich dir ganz ehrlich, ne? Und da musst du ja echt aufpassen, ne? Weil sie ist jetzt voll in Control hier, so, ne? Ich realisierte, dass sie selber aufgewühlt war und nahm ihren Zustand nicht persönlich. Aber das ist für mich wieder so ein bisschen pluspolig. Wie kannst du das nicht persönlich nehmen, wenn sie eigentlich sagt, geschissen auf offene Beziehungen, ich schlafe nicht mehr mit dir. Das war's. Mehr Bock auf jemand anderes. Also wenn du da nicht reagierst, dann zeigst du keine, keine Polarität, keine Klarheit. Irgendwie würde ich nicht machen. Warum? Wie gesagt, es sei denn, das ist so die nächste Sache, die ich hier gerne mal beleuchten würde. Du ziehst dich zurück auf, okay, wir haben auch keine offene Beziehungen mehr, wir haben einfach gar nichts mehr so und fokussierst dich auf Dating. Also du kannst sagen, okay, ist ja alles aufgelöst, offene Beziehungen und wenn du Lust hast, mich zu daten, dann mach das, dann mach mal ein Date aus. Aber Date hier ohne Körperlichkeiten, da habe ich keinen Bock drauf. Also dass du es vielleicht ausschließt für dich irgendwie, also nicht, dass es meist sein müsste, aber dass du es für dich ausschließt, ist für mich kein Date. Melde dich, wenn du es anders siehst, fertig. Also eins von beiden würde ich machen, also entweder gar nichts oder ich würde sagen, du melde dich, wenn du Bock hast, mich zu daten, aber hier auf so Freundschaft, ey. Kannst du dir sonst wo hinstecken? Da habe ich keinen Bock drauf, das würde ich machen, ne? So, weil eine Frau zwischen zwei Männern, sage ich hier mal, aber hier zwischen einer Frau und einem anderen Mann wird sich dahin wenden, meistens wo die Person mehr Stärke zeigt, so, ne? Ähm, aber du musst dir das natürlich alles nicht antun, ja, ne? Also ganz ehrlich. So. Ich stürze den Nummernen weg, drei Tage später sahen wir uns erneut, ich fragte nochmal nach, sie bestätigte ihre Aussagen und fügte erneut hinzu, dass wir nicht intim werden. Ich realisierte, dass sie selber aufgewühlt war, nein, mir zuerst nicht persönlich. Ich interpretierte es so, als würde sie unbewusst Distanz in unsere Beziehung schaffen wollen, da es zwischen uns zunehmend vertraut, ernster Würde. Also, Leute, das ist immer wieder sagen, mach das nicht so kompliziert, sie will nicht mehr mit dir intim werden und mehr musst du nicht wissen, du musst nicht wissen, du bist nicht ihr Therapeut, du musst nicht wissen, ob das jetzt eine Mutti-Thematik hochkommt oder ob es so ein Team wird. Leute, mach das nicht so kompliziert, ne? Alles klar, du hast keinen Bock mehr, melde dich, wenn du wieder Bock hast, ich gehe Golf spielen, mache dein Ding, drauf geschissen, ne? Also, don't give a fuck, ne? Wirklich. Aber ich würde da nicht weitermachen, so, ne? Das ist auch jetzt nicht irgendwie so ein, das ist so ein Helfer-Ding. Ja, jetzt wird es, ach, jetzt hat sie da ein psychologisches Problem. Ne, das ist dated, ne? Ich brachte zum Ausdruck, dass ich verstehe, wie sie sich fühlt. Benannte ist auch klar im Sinne meiner Grenzen, dass die Situation so für mich unangenehm ist und ich mir wünschen würde, dass sie sich klar positioniert. Ja, kannst du gern sagen, aber du kannst dich auch einfach klar positionieren, ne? Sie erklärte, dass sie mich noch liebe, ja, aber das ist die Sache, die steckt dich jetzt in die Friendship-Schublade, was willst du da, ne? Schön, dass sie dich noch liebt. Nicht verlieren wolle als Freund. Aber im Moment einfach nicht gehe, wegen den Gefühlen. Sie wollte, dass ich ihren Brünungsschlüssel behalte, da sie mir vertrauen würde. Ja, so willst du da jetzt reinkommen und die Vögel gerade oder was? Super. Wie viel tolle ist, oder? Das ist auch wieder, was wir hier auch wieder haben, sind doppelte Botschaften. Sind sich schon ein fucking Red Flag, also wirklich. Ich erklärte, dass dies für mich emotional gerade nicht stimme und ich ihr gerne einen Schlüssel zurückgeben werde. Ja, das geht ja schon in die richtige Richtung, würde ich sagen. Sie erklärte, dass sie unglaublich traurig ist, da innerlich weine. Was ist denn innerliches Weinen, Somsen? Dramatic, oder? Es würde hochkommen, wenn sie dann alleine sei. Wenn sie alleine ist, weint sie innerlich. Ach, Leute, ey. Sie schrieb mir am nächsten Tag, dass sie traurig sei. Ja, wie gesagt, man muss da gar nicht so ein Fass aufmachen. Da muss auch niemand traurig sein. Einfach sagen, du hast neue Fakten geschaffen. Ich schaffe jetzt auch Fakten. Und ja, melde dich, wenn mich wieder daten willst. Mach dein Ding, lebe dein Leben. Viel Spaß. Hier ist dein Koffer. Master, la vista. Fertig. Da muss man gar nicht viel diskutieren. Ich wählte den Schlüssel, wir sahen uns eine Woche später, wo sie mir einen Brief vorliest, wo sie alle schönen Momente unserer gemeinsamen Monate würdigte, mir viel Wertschätzung überausdrückte und erwähnte, dass sie mit mir in Kontakt bleiben wollte. Als Freunde, da haben wir es ja. Ja, sie möchte gerne weiter die Beschädigung von dir bekommen, möchte aber nicht mehr all-in gehen in eure nicht mehr bestehenden, offenen Beziehungen jetzt. Und das darf sie natürlich. Aber ja, das ist so, als wenn du mit jemandem Schach spielen willst und der steckt die ganzen Figuren an und sagst, ja, ich möchte aber gerne weiter hier am Brett sitzen bleiben, für alle Fälle, so. Können wir vielleicht trotzdem dieses Spiel weitermachen, auch wenn ich hier alle Figuren gerade abgeräumt habe. Nee, da stehst du auf und sagst, ja, wenn die Schachfiguren wieder auf dem Feld sind, können wir gerne weiterspielen, aber so nicht, ne. Macht's bitte nicht so kompliziert, Leute, echt. Und dass ihr innerlich weinen müsst, sorry, ich komme mit dem Begriff ich hinweg. Ja, dann ist es eben so. Das ist ja ihre Entscheidung, ne. Du hast das nicht reingebracht, ne. Das ist ihre fucking Entscheidung. Du musst dir auch damit klarkommen. Ich hätte nichts falsch gemacht, aber ich würde die Aussicht auf langfristige Sicherheit fehlen. Das macht überhaupt keinen Sinn, weil dann könntest du mit dir eine monogame Beziehung führen wollen oder ich weiß nicht, also, weiß ich nicht, ob du das jetzt gesagt hast, du es nicht willst. Also, das wäre natürlich ein Aspekt, wo, wenn du das jetzt gesagt hast, du willst eine offene Beziehung haben, dann, ähm, und sie dann sagt, das ist eigentlich gar nicht mein Ding, das schreibst du ihr aber nicht, das weiß ich jetzt nicht, dann wäre sie natürlich auch richtig für sie, dann irgendwo hinzugehen, wo sie diese Sicherheit kriegt, ne. Ich sehe ja jemanden, mit dem sie auch, äh, Bettsport haben würde, ich sei ein schöner Mann, aber es gehe für sie zurzeit nicht. Es ist immer das Gleiche, hatten wir schon alles. Dann brachtest du ihr einen Schlüssel, dann hast du ja nochmal einen Brief geschrieben. Ja, Leute, ich, äh, ich bin einfach nicht so ein Romantik-Fan, ich weiß auch nicht. Was doch mal, ich meine Romantik am richtigen Ort, okay, aber das fällt doch hier gerade auseinander. Ich, ich weiß nicht, warum schreibt ihr euch dann noch Prüfe und alles. Aber, okay, ähm, dann, äh, habt ihr noch so ein letztes Treffen gehabt, äh, vor der Haustür gestanden, äh, sie schlug vor das Versprechen, ich war aufgelöst, ja, wenn es jetzt wenigstens Versöhnungsex geben würde, aber, ja, ähm, sie erklärte, dass sie in der Beziehung der sichere Part gewesen sei, das, also, für mich, ich kann das alles nicht nachvollziehen, sicherer Part in einer offenen Beziehung, die gerade auseinanderfällt, ich, ich verstehe es nicht, sorry. Sie habe noch nie Beziehung geführt, die mir ein paar, als ein paar Monate gehalten hätte, ja, komm, here we go, okay, sie würde mich vermissen, ja, ja, das ist doch ihre Entscheidung, sie will doch gehen, das soll, ich würde mich nicht mehr anhören, was soll das, ne, ah, es tut mir so leid, dass ich dich verlassen muss, ja, mach's, einfach und fertig, ne, ich komm klar, du kommst klar, alles gut, ja, das, also, das kann ich nicht, weiß ich nicht, was soll das, ja, das ist wirklich, das ist wirklich so Leichenflatterei irgendwie, und, äh, ich habe das Gefühl, dass ich, dass ich sie zur Trennung, äh, nicht, nee, sorry, so habt ihr euch verabschiedet, dann wollt ihr euch drei Momente Zeit lassen, sie würde auf jeden Fall gerne mal Freundin sein, nein, machst du, willst du auch gar nicht, äh, sie würde mich vermissen, äh, okay, das hatten wir ja schon, ähm, ich habe, bin unsicher, ob es die richtige Entscheidung war, mich zu distanzieren, nee, sie hat sich doch distanziert, und, also, ich meine, was wunderst du dich jetzt, wenn du meine Arbeit machst, dann musst du doch wissen, dass ich sage, wenn jemand, oder, ich weiß nicht, ich lese den Liebescode nochmal, schreibe ich ausführlich über die Friendzone, nein, da gehst du nicht rein, du sagst, du willst mich in die Friendzone checken, no fucking way, und stüchtest, dann distanzierst du dich dann, ich habe das Gefühl, sie zur Trennung gedrängt zu haben, nee, das, hast du eine neue Kollegin aufgebracht hier, aus dem Nichts, man, du hast auch jemanden, ne, also insofern, aber du willst ja nicht austauschen, aber wie gesagt, das ist eine offene Beziehung, ich meine, macht das alles, aber wundert euch nicht, wenn es fucking kompliziert ist, echt, ich habe auch das Gefühl, dass ich sie abgelehnt habe, weil sie mich respektvoll und anständig behandelt hat, nein, du lehnst sie jetzt ab, weil sie dich ablehnt, ich erkenne hierbei meine co-abhängigen Anteile, nun konzentriere ich mich auf mich und bleibe vorerst im No-Contact, den sie auch zu respektieren scheint, wir haben uns nicht blockiert, ich wäre froh über eine Einschätzung aus deiner Sicht, hätte ich einfach direkt befreundet bleiben sollen, wie kannst du mich sowas fragen, wo ich seit sieben Jahren sage, äh, nein, natürlich nicht, wenn du eine Beziehung willst, dann bleibst du nicht befreundet, außer, weiß ich nicht, wenn sich das lange, lange Zeit abgekühlt hat, natürlich kann man auch irgendwann mit der Ex, wenn man unbedingt will, befreundet sein, aber doch nicht jetzt, direkt nach der Trennung, ne, du willst doch ganz was anderes und dann ist es besser für sich einzustehen, ne, und zu sagen, nee, ich verkaufe mich nicht unter Wert, sorry. Tatsächlich sehe ich, dass die Beziehung langfristig keine Perspektive hat, ja, das würde ich auch sagen, weil sie beruflich nicht mal wüsste, wie lange sie im Land sei, ja, also ich würde dir empfehlen, deine eigenen bindungsvermeidenden Anteile mal anzugucken, ne, diese Wahl mal zu hinterfragen, oder was heißt zu hinterfragen, einfach dich selbst zu verstehen über diese Wahl, die du da getroffen hast, auch über eine waldoffene Beziehung und ob das alles so für dich das Richtige ist und einfach, ja, es hinnehmen, ja, danke fürs Feedback-Universum, was ich mir gerade ausgesucht habe, danke für diese Frau, die mir wieder was Neues gezeigt hat, wie ich auch so funktioniere, ich würde das so für dich nutzen, aber jetzt lass dir doch in Ruhe, ne, also, ja, andere Beziehungen führen, fertig. Wir waren uns einfach einig, dass wir es einfach genießen, wie lange es dauert, ja, und das habt ihr gemacht und jetzt halt keine Tür offen, ne, musst du jetzt manchmal auch nicht blockieren oder so, aber, ja, dreh dich um, geh nach, geh weiter, fertig, it's over. Ich habe das Gefühl, dass ich jemanden zu früh abgelehnt habe, der noch Gefühle für mich hat, also, es ist ja nicht genau andersrum, dass sie nicht genug Gefühle hatte, dass sie weiter mit dir was haben wollte, na, also, Leute, macht nicht so kompliziert, danke für deine Einschätzung und beste Grüße, beste Grüße zurück, macht die fucking Kurse und nehmt es dann auch ernst, was ich sage, das muss ich jeden Tag mal wieder neu sagen, ey. In diesem Sinne, wir sehen uns mal wieder, schau, ihr Lieben. Wir sehen uns mal wieder, schau, ihr Lieben.